Einen wunderschönen guten Tag und wir spielen heute die Demo von Evergate. Es ist so ein schönes Spiel. Es hat ein bisschen was von Orien the Blind Forest. Und wir spielen die Demo davon. Es ist auch noch nicht draußen, aber wir können die Demo spielen. Ich freue mich sehr, tatsächlich. Oh, wer bist denn du? Das ist schon ein cutees Fisch. Okay, Jump and Run, ich sag's nur. Ich komme da nicht hoch. Nein! Ich hätte mir erst den Controller anschließen sollen. Das wäre besser gewesen. Komm schon. Jetzt. Oha. Oh Gott, Entschuldigung. Okay, ich fahre dir. Okay. Okay. Ich bin ein kleines Geschminkst. Die Afterlife ist sehr gefährlich und hat eine Power Forgotten Sins, die Last Renewer, die Soulflame. Hold und drag the right mouse button to form your Soulflame. Take it to Orb, until the rift opens. Whee! Okay. Ah. Come here. Cool. Okay, das ist anders als bei Uri, aber es ist trotzdem cool. Hat was auf jeden Fall. Okay, was muss man hier machen? Muss man hier irgendwas machen? Oder? Ah ja, verstehe. Cool. We're close to the left clark, we're aiming to ignite your Soulflame. Fire the signals to atry raven. Okay, vielen Dank. We're close to the left click. We're aiming to ignite your Soulflame. Fire the signal to activate them. Okay, das ist wirklich cool gemacht. Aim and fire the crystals to unleash their power. Remember, remember your Soulflame. Remember, your Soulflame only ignited when I made the crystals. Remember, your Soulflame only ignited when I made the crystals. Ich! Eh, eh, eh. Eines brauchen wir noch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Können wir da hoch? Können wir da hoch überhaupt? Okay, warte Juhu Juhu Da haben wir's Sehr atmosphärisch auch Ich mach mal meine Cam aus Dann sieht's besser So, weiter geht's Wow Das ist Ich hab wirklich Gänsehaut gerade Wirklich schön Cool An den nächsten Ort Sehr schön Okay Okay So wissen Ja So 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 Okay, da können wir auf jeden Fall nicht runter. Was können wir denn machen, damit wir hier hochkommen? Da geht es doch weiter, aber da kann man ja nicht heben. Hey, kommen wir hier hoch. Bis zum nächsten Mal.